Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, meine Freunde. Wir haben in der letzten Folge diese komische Troller, Edwin oder wie sie hieß, platt gemacht. Die hat zwar ordentlich Wumms hinter ihrer Riesenlanze gehabt. Das ist etwas, was ein Mann auch sehr gerne hören würde. Aber im Gegensatz zu manchen Männern hatte sie definitiv Wumms in der Lanze. Krass, auf jeden Fall. Ja, wir müssen jetzt mal zu Randvieh zurück. Was rappelt denn das Bild hier so? Was ist denn hier los? Okay, geht wieder, hat sich gefangen. Scheint so, ja. Gut, dann würde ich sagen, ab zu Randvieh. Wir müssen ihr Bericht erstatten. So, also, hier ist Randvieh. Randvieh, genau. Schnell dahin und mal schauen, was sie uns zu sagen hat. Ausrüstung verbessern, ja. Bei Zeiten werden wir uns darum auch mal kümmern. Aber ich finde das immer sehr anstrengend, immer so die Ausrüstung zu verbessern. Ich finde lieber bessere Ausrüstung und fertig. Ihr habt bestimmt gemerkt, wenn ihr das so verfolgt habt, dass ich da nicht so hinterher bin. Mal, ja, okay, aber nicht so krass. So, dann jetzt ab zu Randvieh. Was ich mich gerade frage, ich habe doch unseren Futterbeutel ein bisschen erweitert. Aber trotzdem kann ich nur zwei Stück, also zwei Proviantdinger da voll machen, das war's da. Das ist ein wenig irritierend. Hey, Randvieh, wir sind zurück. Schön, dich zu sehen. Jo. Solange du mich nicht wieder anbaggerst, ist alles gut. Randvieh, unsere Arbeit in Oxenaforci ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Vulke. Von Vulke? Götter, diese Dode. Er liegt dort auf dem Tisch. Oh, brauche ich nicht mal laufen. Das ist ein Service. Wie vom Vulke an das Wolfsmahl. Der Selbstgezeugte segne dich. Selbstgezeugte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Evo. Ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigurd in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ein Gott im Fleischgewand eines Menschen. Ich kann nur hoffen, dass er dies irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Leid ihn zerbricht. Vulke, das Instrument. Der Orden? Also gehört sie auch zum Orden? Vulke gehört dem Orden der Ältesten an. Im selben Orden, dem Kyutvi folgte. Und den Basim und Heitam zu vernichten geschworen haben. Evo, was ist geschehen? Sigurd wurde von König Elfret gefangen genommen und eben jener Vulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Vulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrig zu schließen. Gedrig ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Vulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Ja, aber wir müssen Vulke auch aufspüren. Schließlich müssen wir die Truller platt machen. Wenn sie nicht sogar mal die Chefin von dem Ganzen da ist. Oder, oh Gott, stellt euch mal vor, hinterher ist Sigurd der Chef von allem. Weil sie ihn für einen Gotthalten. Oh, oh. Zeigt mir die Bündniskarte. Nein, ich will nicht über uns reden. Oh Gott. Okay, hier haben wir alles schon jetzt. Muss ich daheim, wo die Stärke so hoch ist. Oh Gott, hier. Hier gibt es nichts anderes. Kann ich nicht die nehmen? Da ist nicht so stark. Was macht denn jeder Rabe? Drei Stück. Nur drei, aber hier sind doch fünf. Eins, zwei, drei. Oh ja, von mir aus. Chilbert ist also nach Chobeshir gereist. Das ist er, in eine schwierige Lage dazu. Der Chir steckt schon lange im Sumpf des Krieges gegen Rodri, König der Bretonen. Chilbert hofft, einen Frieden mit den Bretonen des Westens auszuhandeln. Ein schwieriges Unterfangen für einen Grünschnabel. Ich hoffe, du konntest ihn gut darauf vorbereiten. Sicherlich. Aber ich halte es für besser, wenn du diesen Gesprächen beiwohnst. Ich werde mich Chobeshir angeloben. Ich breche gleich nach Chobeshir auf. Ich bin erleichtert. Er und Ivar sollten gerade in Quattfort sein. Du findest es entlang des Safeharn. Wenn Ivar bei ihm ist, werde ich dringend gebraucht. Das selber habe ich auch gerade gedacht. Oh Gott, der Ivar. Naja, aber definitiv geht es wieder rund. Wie ist der Weg? Was ist los hier? So, wie weit ist es? Oh, halt. Zu weit, um zu Fuß zu laufen. Hm, da steht wieder einer. Tod, Tod, Tod. Hehe, erledigt. Ja, gegen Wehrlose kann ich mich gut wehren. Aber den Rest, da habe ich Angst. Ich bin nämlich noch klein, wisst ihr. So, ali hopp. Und einmal die Führung übernehmen. Enten, Liga Eirat, Geras. Was? Abfahrt. Alle da? So, dann wollen wir mal schauen. Momentchen. Ich muss mal kurz gucken. Wie stark bin ich denn überhaupt? Ähm, hier Fertigkeiten. Oh, wir haben 10 Punkte. Wow, crass. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Reuchlerlist. Drücke nach einer erfolgreichen Parade schnell auf Y, um eine Rauchbunde vor dich zu werfen und zu verschwinden. Ah, das was für Weicheier. Gibt es hier? Reuchlergrätsche. Dritten der Schütze. Unbeseitigung. Halte, er bin gedrückt, um nach einem erfolgreichen Attentat die Leiche automatisch aufzuheben. Ne. Trage gerne Flasch, aber kein faules. Dein Rabe plündert Ziele, die mit Fernangriffen getötet wurden. Oh, auch nicht schlecht. Meisterkoch. Hm, hm, hm. Das wollen wir nicht. Ach, das hatten wir schon. Notfallzielen. Halte RT gedrückt, um auf einen Gegner zu zielen, der dich entdeckt hat. So kannst du ihn töten und unentdeckt bleiben. Mhm. Oha. Gibt es denn hier auch nochmal irgendwelche... Ja. Einfach nur einhändige Verteidigung. Nein. Ich hätte gerne ein bisschen Stärke und Leben. Iduns Herz. Beschwöre die Lebenskraft von Idun. Wähle passiv kürzlich verlorene Gesundheit mit kurzer Verzögerung wieder her. Ach, Mann. Kommt schon, Leute. Gib mir... Stärke. Gib mir Leben. Volkskrieger. Kämpfe mit wachsender Wut, während sich der Tod nährt. Dein Schaden erhöht sich, je niedriger deine Gesundheit ist. Oh, oh. Ja, nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Mächtiger Rundschlag. Ach. Ich pfeife auf den Kram. Dem hat eine größere Chance, Pfeil vom Böhmsschützen zu erbeuten. Brauchen wir nicht. Ah. Nahrungssuche. Bei Leichen. Oh, das ist gut. Das ist gut, aber... Kann ich hier einfach machen? Ja, okay. Kann ich einfach machen. Was war das? Um dich etwas zu heilen. Na gut. Ein bisschen. Aber das ist nicht das, was ich haben will. Absolut nicht. Auch nicht. Mäuchle das ganz und gar nicht. Ach, Mann. Bin ich denn jetzt... Komplett bescheuert? Finde ich denn hier nichts Gutes mehr? Huch. Ein bisschen runter. Ah, hier haben wir doch etwas. Meine Güte. Na, endlich. Das ist auch noch was aufgegangen. Sehr schön. Was haben wir hier? Kritischer Treffer. Okay. Oh, das sieht alles gut aus. Was haben wir hier? Urschwert zum Kurzschwert. Betäubung. Berserkerangriff. Zurücksetzen. Betäubung. Dann haben wir hier Feuer. Betäubung. Dann kommen wir von da hin. Fähigkeiten schaden. Fernkampf. Ja, so sieht das gut aus. So möchte ich das gerne haben. Feuerwiderstand. Widerstand hier. Widerstand da. Betäubung. Au, au. Ja. Jetzt haben wir keine Dings mehr. 118. Na gut. Müsste eigentlich passen, oder? Soll ich jetzt hier nochmal gucken. Ja, Runen. Ich könnte ja mal gucken, ob ich nochmal ein paar Runen einsetzen kann. Was haben wir denn hier? Was soll das für diese ganzen Dingskarten? Den übersehen? Noch einen übersehen hier? Das leuchtet da oben ja immer noch. Ah, nee. Das ist bestimmt hier deswegen, ne? Wollen wir mal gucken. Können wir das ändern? So, vergleichen. RT. RT. Nein, das ist aber nicht RT. Warum soll ich das denn hin machen? Warum? Warum? Okay. Die ist aber auch viermal erhöht. Aber was ist das? Ist das Einhand oder Zweihand? Noch ein weißer. Die sieht sehr groß aus. Das könnte eine Zweihand sein, oder? Quere Schaden wird nach leichten Treffern erhöht. Die ist zu schlecht. Ah, da steht es Zweihand. Ah ja, es ist Zweihand. Genau. 45, 48, Plünderer Axt. Ehrenklaue. Hm. Ich würde das gerne mal verbessern. Oh. Mach doch. Okay. Und Runenplatz. Ich will mal eine Rune da reinschmeißen. Darin's Axt. Fähigkeiten schaden. Schwerer Schaden. Noch mehr? Nein. Okay, der macht nichts. Wenn ich jetzt das hier nehme. Ändert am Angriff nichts, ha? Nope. Und Waren's Axt ist halt immer noch besser. Ja, dann bleiben wir bei der. Die bleibt ausgerüstet. Ja, ausrüsten. Hä? Ist das Waren's Axt? Sieht die so aus? Warenklaue? Die sieht aus wie die? Ne, Waren's Axt ist ausgerüstet. Ja, irgendwie. Ach so. Leerer Runeplatz. Da muss ich mir die Rune wiederholen. Ja. Einmal. So. Oder wäre... Oder wäre... Jetzt kann ich das Zorn angebracht. Der... Ne, da ist ein 3,2. Das ist nur 3. Wird. Lassen wir so. Wird ja gerne mal wissen, ob wir das verbessern können. So, Quest. Was machen wir hier? Kriegsmüde. Ja. Ja, dat machen wir. Alles gut. So. Attacke, meine Freunde. Stimmt etwas an? Ach. Ich muss mal... Eine Geschichte. Ja, bitte eine Geschichte. YouTube hat sich nämlich ein bisschen... Ja, was heißt beschwert? Also, es gab ein Urheberrechtsproblem bei der letzten Folge. Wegen der Musik. Oder eine der letzten Folgen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Ähm. Ja. Oh, kaputt. Tschüss. Schnee zu verbessern. Ähm. Lass du mal weiter? Stimmt nicht wirklich. Auf jeden Fall, ja. Hat YouTube gesagt, hier, weil die Musik, die da gespielt wird, kommt von einer echten Band anscheinend, die auch bei YouTube vertreten ist. Oder halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall hieß es dann so. Ja, hier. Aber ist kein großes Problem, die haben es also zugelassen. Ja, aber trotzdem. Hättest du gejagt, was macht der? Hörst du mal, bitte, weiter? So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Ich habe euch jetzt voll geblubbert die ganze Zeit. Die ganze Zeit voll geblubbert und ihr konntet die Geschichte nicht hören. Leg den Mast. Aber gut, es sind auch immer wieder dieselben Geschichten, die die erzählen. Vor allem Doug. Der erzählt immer denselben Mist. Dass der überhaupt noch mit mir mitkommt, nachdem er halt immer über mich meckert, ne? Sehr, sehr komisch. Und mich würde es ja mal interessieren, was er dazu sagt, wie Sigurd im Moment abgeht. Ob er das auch gut heißt oder ob er sagt, Sigurd hat sie nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja. Würde mich mal brennend interessieren. Oh, das Ding hat einen Wendekreis wie ein 40-Tonner-Duft. Was? Eine Geschichte. Nein, nein. Erzähl deine Geschichte. Bitte, Geschichte. Nicht lang bevor wir nach Englerland aufbrachen, ging ich allein in die Berge östlich von Vornberg. Ich suchte nach Elchen oder Rehen oder anderem Wild. Doch ich hatte kein Glück und fand nichts, dass meine Pfeile wert gewesen wäre. Hinter einer Erhebung sah ich einen runden Berg vor mir mit einem seltsamen schmalen Schlitz in der Erde, der von links nach rechts verlief. In dieser Spalte schien Wasser zu sein, was seltsam war, schließlich verlief sie seitwärts. Als ich mich näherte, bebte der Boden und der Spalt zitterte. Dann öffnete er sich, so groß wie ein See und farbig umringt. Ich wich zurück, um alles in Augenschein zu nehmen, und erkannte überrascht, was ich sah. Das Auge Jörmungans, der Weltenschlange. Ja, sie schläft nahe Vornberg und segnet uns mit ihren Träumen. Ach, wenn wir jetzt dorthin zurückkehren könnten, würde ich es euch zeigen. Eines Tages vielleicht, eines Tages zeige ich euch den Ort. Ach, Duck, du erzählst immer Geschichten. Oh oh. Was ist da los? Oh, Mensch, hier mal. Darum kümmere ich mich gerade mal. So. Was machen wir? Wisst ihr was? Wir machen gar nichts. Ich brauche euch Knallköpfe sowieso nicht. Ich flitze von hier aus. Geht eh nicht weg, ne? Soll ich mal was probieren? Gucken, ob das klappt. Wo ist das Boot? Ah, zur Zeit nicht verfügbar. Mist. Ja, das hätte ich jetzt probiert. Ich hätte es geguckt, ob die gleich hier auftauchen. Warte, ich probiere das mal da hinten. Rennen, ey. Was ist los? Was schläfst du? Er will nicht rennen. Stimmt nicht mit dem. Oh. Geht nicht. Okay. Na gut. Kommt fort. Das ist kein Problem. Dann sollen die da bleiben. Guck mal, Eichhörnchen. Ich bin schneller als du. So. Huch. Habe ich gerade mal in die Ecke geguckt und direkt... ...wieder keine Ahnung, diesen Herbst. Die Bretonen haben alles verbrannt. Ja. Das wird ein langer, karger Winter. Gott wird die Bretonen für diesen Krieg strafen. Sie werden alle in der Hölle schmoren. Wir können nur beten. Kannst du, Herr Thodo? Okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. Gebiet finden. Überblicke das Land. Ach, da hinten. Na, ist ja kein Problem. Das ist ja hauptsächlich geradeaus, nicht wahr? Hauptsächlich. Eigentlich dürfte ich dir kein Ärger geben. Gilbert ist ja hier. Er ist eigentlich derjenige, um den es hier geht. Oh Gott, ein Mensch. Ein Eivor, ein Däne. Obwohl er eigentlich kein Däne ist, ne? Entschuldigung. Wenn ich das richtig verstehe, kommt er aus Nordwege. Also, Norwegen. Na, los. Oh Gott. Schon wieder einer, der sich erschreckt, wenn ich loslaufe. Na ja, gut. Sollen sie machen. Weg da. Nesseln und Rüten. Mehr konnte ich nicht finden. Ach, das ist Schäle wert. Was macht ihr hier? Ach. Eivor ist das. Gar nicht schlecht, Bursche. Sei wilder. Dreckiger. Hau mir in die Eier. Willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eivor, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Guriath. Der Name klingt, wie wenn man Rotze hochzieht. Guriath ab Mervin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlav springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas... etwas beängstigend. Iva wird dir schon Stärke beibringen. Aber pass gut auf. Er kann tückisch sein. Es ist immer dasselbe mit mir. Wenn es mir zu ruhig wird, werfe ich mit Messern. Ich werde auf der Hut sein. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden. Aber mit Demut. Rodri ist ein König. Und er wartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Iva. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Evo. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja. Ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Ja. Diese Iva. Schon ein lustiger Vogel. Jetzt bucht der Drachen. Oh, cool Drachen. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Wir sind mit den Britonen seit bald zwei Jahren im Krieg. Die Britonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten, und Rodris Bruder verfolgten, bis sie an einem Graben landete. Deshalb will Rodri jetzt Frieden. Das verdanken wir Iva. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen, die alte Eiche. Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Das würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Burgred, Wolfsmal. Ware den Frieden, Iva. Das ist aus deinem Gockel von Bruder geworden. Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Taugen nicht besser hinter dir lassen. Und hierfür sind wir mit... Unser Bischof Jorlav und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Diese christlichen Häuser, alle so kalt und hart. Und dennoch ist es darinnen wahr. Jesus Christus eint König Rodri, Bischof Jorlav und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Oh. Der Typ sieht böse aus. Na dann mal los. Hauptmann Ünir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Jorlav. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Gurriot nicht übergeben wurde. Der Bruder des Königs ist... Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du. Dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Iva, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ob. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspott. Mitten durch deinen fett triefenden Schädel. Genug. Alle beide. Legen wir das beiseite. Wir sind hier, um einen Weg zum Frieden zu ebnen. Frieden, Frieden, Frieden. Nicht mit diesem Kübel Britonschmalz. Darin sind wir uns einig. Oh je. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas Guten will. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Gurriot nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Brodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser allerbestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lass ich den Wicht laufen. Brodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut. Aber Ceolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Hm. Ob das so das Richtige ist? Gut, mit Ceolbert brauche ich nicht quatschen. Ivar. Ist Ivar da vorne? Du verschwendest Zeit! Ach, mach die Backen nicht. Eva! Die Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist. Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich habe dir gesagt, ich kenne diesen Arschling. Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen. Wow. Verflucht, sagst du. Hier ist das Silber. Tu damit, was du willst, aber verdirb uns die Aussicht auf Frieden nicht. Ich wusste nicht, wie schlecht du mit Geld umgehen kannst. Silber! Gut! Jetzt könnte ich Rodri mit Silber tot prügeln. So schwer ist dieser Sack. Ähm. Äh, war das? Ich erzähle dem Bischof die Orla, was ich herausgefunden habe. Eivor, mein Freund. Ich habe mich umgehört, wie du wolltest. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ich habe Ivar das Silber gegeben. Dafür versprach er, Ruhe zu bewahren. Ich habe Ivar noch nie ruhig gesehen. Rodri! Ich sehe, wie du mich verhühnst. Ich fordere dich zum Zweinkampf. Ivar, der Knochenlose. Der Rückgratlose. Der Zahnlose. Mutlose. Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten. Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Ivar, was hast du getan? Ivar, was hast du getan? Aua. Aua. Ach, dieser ist schon wieder. Au, au, aah. Oh. Oh. Okay, der ist schon mal erledigt. Der ist weg. Oh. Oh. Das war böse. Da ist ja noch einer. Da. Ui. Das war... Da habe ich jetzt auch einen Klick gehabt. Wurz. Das war jetzt aber Riesenglück. So verhandeln Wikinger. Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind. Ivar, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axteben. Mein Gott, was für ein Massaker. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah. Ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Cheolbert. Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hilf mir mit der beschwissenen Tür. Ja, ich helfe dir in der nächsten Folge. Jetzt hast du mich erstmal ziemlich abgefuckt, Junge. Deswegen wünsche ich euch alles Gute, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Dann helfen wir Ivar bei der Tür. Und ich hoffe, irgendwann kann ich ihn mal ordentlich auf die Fresse hauen. Für das, was er macht. Ich wünsche euch was. Macht's gut.